Ich darf euch zu heißen, herzlich herzlich im Namen des West-Westfalen-Kreislaufs in der Leipzig und auch im Namen des Vorsitzenden des Subterntriffes. Hier prägt er ganz hohe Rolle zu den Wahlmeisterschaften der Deku-Astel-Kreis-Besser recht herzlich zu begrüßen. Die Deku-Astel-Kreis-Besser 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 Oh, ein Tor! Ja! Applaus . . . . . . . Applaus 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 Ja! Ja! Applaus 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 Was? Oh, ja! Oh! Warum? Du brauchst die Kürze, wenn du das rausgespült. Ich jetzt kurz einspülen. Das ist ein Kürze. Ja! Also, was du brauchst, was du? Was ist das? Das erste Kürze ist die Heizkürze. Die Heizkürze. Zum Beispiel bei LSD. Da geht es mit Flasor. Oh! Ja! Oh! Oh die Hände! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Oh! Oh, ja! Oh, ja! Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Ja! 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 Ja!